moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge destiny 2 bei den feierabend spielern es geht weiter in der kampagne mission und ja mal schauen was uns heute erwartet so zurück in der action die rote schlacht geht weiter jetzt kümmern wir uns direkt um tumors den ungebrochenen mal gucken ob der nachher in seinem erbrochenen liegt der gebrochene was für ein wortspiel aber los geht's alles klar wir sind im träger gut euer ziel ist tumus der ungebrochene er ist einer von goals auserwählten die codes für sein schiff sind das ticket zur allmacht hoffhorn hat eine unschöne begegnung mit ihm als wir unterwegs waren sie werden nicht umsonst die blutwache genannt ich würde dir raten vorsichtig zu sein aber das hat meinem letzten thema auch nicht geholfen finde das kommandodeck dann findest du auch tumus den ungebrochenen wir werden zum gebrochenen machen ich habe nichts anderes vor lady wir schnetzel netzeln uns ja erst mal durch schnetzel netzeln uns ja erst mal aus schnetzel netzeln uns ja erst mal durch schnzeln-racht Jo, lebt noch was. Wer noch lebt, soll bitte einmal hier schreien. Ich hab doch gesagt, schreit. Wieso wirklich? Hm. War aber eine Menge, wo es hieß. Wieso ist denn jetzt die Knarre leer? Dann gibt's halt aufs Maul. Schon geschehen. Mal leger, du bist zu langsam. Kannst du uns tun, Mosfee. Das ist mir gar nicht so gefallen. Aber jetzt mit etwas Geduld. Da löpst. Unser Hüter kriegt das hin, Hawthorne. Das ist unser Job. Das war euer Job. Soweit ich weiß, ist euer Licht aus. Jetzt sind wir gar nicht mehr so verschieden. Da steht der Kleine im Dunkeln. Die Tür ist verriegelt. Schau dich um. Es gibt immer einen anderen Eingang. Ich wünschte, ich könnte auch da draußen sein und ein paar Kugeln abfeuern. Für mein Team. Deine Zeit wird kommen, Hawthorne. Das will ich doch schwer haben. Achso, da wollte ich dann nochmal gucken. Ich hab da jetzt eine Knarre gekriegt, irgendwas. Impulsgewehr. Impulsgewehr. Ach, das kann ja wieder keiner brauchen. Oder 96. Da fetzt es Laken, oder? Dann nehme ich lieber das, was an der Seite hängt. Aber bevor wir jetzt wieder weitermachen. Aha. Alter, haut der rein, der Genosse. Ich würde auch hier was stampfen, oder? Na, zur Not, wir gehen mal hier drauf. Na, drüben haben wir noch was. Eine Sache wird mir doch einfach hier angezeigt. Ich seh dir. Guck, guck. Okay, erstmal die härtige Snipes da wegmachen. Näh. Näh. Bäm. Komm. Wunderplatz. Uh. Okay. Und nochmal. Jawohl. Aha. Wir sind fast beim Hangar. Tumos weiß sicherlich, dass ihr ihm auf den Fersen seid. Ihr könnt euch auf ein Empfangskomitee freuen. Holiday, kannst du Unterstützung leisten? Ich komme wieder zurück. Ich muss hier erst ein paar Rote und Tiere abschütteln. Ich muss hier auf den Fersen gehen. mal gucken was man sagt die werfe zudem das war gesagt der sagt ich mach dich kaputt alter und noch einer da zufällig kugeln liegen lassen ein bisschen Munition wäre glaube ich nicht ganz so verkehrt ja dann lauft ihr nach vorne ihr solltet die Tür abschließen wenn ihr keinen besuch von mir wollt die 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 Und dann, wie die Hände ich auf dem Weg Und dann, wie die Hände ich aus? Ich bin so gut, was ich verletze? ich habe mein teil getan jetzt kümmere du dich um thomas für uns danke dir es 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 und es 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 Also, kümmern wir uns erst mal um seine beiden Schergen hier. Wo ist der? Woa! Za! Das war's. Nein! Oh! Kommt noch so'n Hackeweiler an hier! Du ist aber grundsätzlich! Wir haben die Codes und Tumos ist erledigt! Abgesagt und angemacht! Exzellente Arbeit! Jetzt auf zur Basis! Finde sein Schiff und begib dich zur Allmacht! Wir zählen auf dich! Das war saubere Arbeit, Hüter! Ich werde die gute Neuigkeit verbreiten! Tumos ist endgültig erledigt! So ihr Lieben, das war's wieder für heute! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Da geht's mit der Kampagne weiter! Und ich freue mich schon drauf! Bis dahin sage ich Alles Gute und Weiterspielen! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Wir sehen uns in der nächsten Folge!